bis zum nächsten mal hallo so gut dann einmal starten das jetzt die letzte folge wir haben ja null uhr gehabt jetzt haben wir 1 uhr 20 und dann muss ich die ganze noch ändern das werde ich aber afk machen es halt nebenbei noch was kurz machen und dann vielleicht ein video jetzt ändern die anderen videos dann über die nacht vielleicht kann man sie ja doch noch um erziehen sie füttert gerade alles oder oder soll wird so er lacht irgendwie total blöd so ha ha totstellen beibringen können wir dann noch machen pütze aufwischen und danach könnt ihr noch mal baby machen vielleicht geht es ja vielleicht we will never know buffy was machst du hier freust du dich in der pütze oh ja ich weiß noch als buffy noch jung war das waren zeiten das waren lustige zeiten ich hoffe dass wir dann unsere eigenen kinder dann später wenn die im jugendalter sind so ein bisschen selber design können ich weiß das ja nicht wie das genau ist baby machen macht ihr es oh ja ich hoffe dass es diesmal was wird ich glaube letztes mal war nichts es ist schon lange vorbei leute ist gerade ein soundpack oder gruppe mit insel mit luci gründen können wir das mit dem baby machen probieren wir noch ein bisschen aus ich glaube man muss auch romantisch machen damit es hinkaut aber ich will das jetzt dass es hinhaut wenn ich meine irgendwie ein anzeichen oder so dafür muss der da sein ein schnellen dring wieso sind da jetzt so viele herzen ein film gucken fähigkeit mixen lernen ein wunderbares date mit marvin erleben oh gott was wollt ihr von mir leute haben wir mixen haben wir mixen das mit mixen lassen wir wahrscheinlich hier ähm restaurant ähm ich bitte ihn jetzt einfach schnell nackt baden also die sind irgendwie voll verwehrt teilweise die wollen immer lauter seltsame sachen machen ja luci hat geburtstag ich weiß ja ist gut ähm romantisch bitte nackt baden zu gehen ähm luci sind ja ja wir haben ja jetzt schon okay also die ist jetzt auf jeden fall erwachsen wer ist das hat sie jetzt ihre haare verändert oder was sie hat ihre haare verändert wieso hat sie ihre haare verändert nur einmal als frage jetzt gehen sie jetzt doch hin okay äh er isst noch irgendwas und dann geht er schlafen und der hund kann auch schlafen ach das macht er sogar schon perfekt wieso habt ihr euch nicht darum gekümmert ich dachte die anderen viecher habt ihr auch gefüttert ich glaube ich lege mir erstmal kein neues haustier zu das ist mir hier gerade ein bisschen zu chaotisch wieso war es so schwer das scheiß futter nachzufüllen zum glück war es kein hamster eine beutelrat ist ja wohl was anderes nicht dass der lego äh die das lego noch abhaut oder so maggie bitte sag bloß da liegt da jetzt noch tot drin ja maggie betrauen auf jeden fall war ja seine schulde wehe passiert nochmal was dann ich hole mir ein neues tier ich hole mir ein neues tier mann oh mann wie dumm muss man sein fütze aufwischen in altern fest aha oh maggie so ein scheiße alle anderen viecher haben sie irgendwie gefüttert aber nein die maggie haben wir ganz vergessen anscheinend man deren schlauheit ist echt unübertrefflich jetzt füttert die man gleich mal alle bevor da noch was passiert maggie betrauen macht er bestimmt gerade so bin ich auch immer da gestanden wenn hier ein tier von mir gestanden ist äh gestorben gestanden ja ich bin jetzt auch so gestanden ja ja so ein abschied ist immer scheiße der sensenmann ruhe in frieden maggie ja ich finde sie irgendwie schon lustig aber eigentlich wüsstest du es gar nicht oh 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 was machst du gerade baffi oh baffi müssen wir jetzt dann gleich kümmern dieser leckt sie gerade so zuneigung pauchkraut zuneigung leckerchen geben klappt ich glaube sogar der hund trauert ey ich glaube sogar der hund trauert die ist auch voll traurig die ist auch voll traurig ich glaube eine ratte wäre eigentlich ganz cool eine beutelratte weiß ich nicht wenn dann schon ein hamster heißt ratte benennen mhm darky keine ahnung die ist halt schwarz ja schwarz weiß egal ähm dann erfüllen oh mein akku vom handy ist voll geladen so sehe ich gerade ups das war mein mikrofon voll dagegen geknallt jemanden freundschaftlich umarmen eine einheimischen ach das windsurfen mache ich jetzt weg übrigens wenn ich nicht check mich äh ich check halt nicht wie das geht vielleicht bin ich einfach nur zu doof aber egal sozial geht wieder ok er hat hunger dann soll da essen gehen ja bei ihr geht alles ganz normal ok vielleicht machen wir dann noch einmal techtel mächtel der arme hund hat keine zerstörung dann soll er die zeitung zerstören achso die dusche ist selber kaputt ähm dann reparieren wir das natürlich erstmal oh gott das wird was mit nagetier spielen machen wir dann wie kann man nur so doof sein und das vergessen junge so alle vor allem alle anderen haben sie automatisch ähm gesehen einschalten fernseher die finischen im theater will er einen film gucken achso ja können wir mal gucken im theater Theater? Wo ist denn das Theater? Da. Ah. Okay, machen wir dann gleich. So, dann benutze es mal. Ich habe gar keine Dusche platziert. Ich habe ein Badezimmer, alles in einem platziert. Der Schlau halt wieder. Ich hoffe, die nehmen ihr eigenes Auto oder sowas, ne? Ne, die rennen. Ah, doch, das Auto. Cool. Oh, warte mal. Kann man das da nicht ein bisschen... So. Sieht sehr cool aus. Sieht schon cool aus, ja. Na? Guckt er jetzt einen Film? Was bringt eigentlich Partner werden? Das ist eine gute Frage, was Partner werden bringt. Die ganzen Sachen muss man ja eigentlich gar nicht machen. Ich höre ja gerade zu, was da alles ist, aber... Oh, das war's schon. Dann würde ich sagen, fahrt da wieder heim. Objekt bewachen. Geht mal zu Buffy. So. Ähm, habt ihr das schon repariert? Pfütze aufwischen. Pfütze aufwischen. Mal gucken, wann sie kommen. Das sind nur Vögel. Okay. Ah, die fahren gerade schon. Autos sitzen. Im Auto sitzen. Da sind sie. Oh, das... Ja, sehr logisch. So hätte ich auch irgendwie das gemacht, so. Ich freu mich auch immer überall hin. Vor allem mein Auto. Haha. Das ist so cool einfach nur. Und unlogisch halt. Aber egal. So ist das Spiel. Das Leben ist auch unlogisch irgendwie. So, ähm, nein. Nein. Die Sachen wiederholen sich eh, so wie's aussieht. Mit Nagetier spielen. Ähm. Machen wir. Ein Date haben mit Marvin müssen wir noch machen. Im Pool nackt baden. Wieso möchten sie diese ganze Zeit? Mit dem anderen wollen sie. Dann gehen sie wieder mit dem und dem und dem. Ach so, ich frag mich langsam schon, was da los ist. Da mit ihm nackt baden und dann... Ich muss Buffy da noch, ähm... Irgendwas beibringen. Ach, ich hab ja immer so wenig Zeit, hab ich das Gefühl. Die will jetzt noch was essen. Nachdem sie mit der Ratte gespielt hat, will sie noch was essen. Oh, das ist knuffig. Ich will da irgendwie ein Foto davon haben. Ja. Perfekt. Das ist ein tolles Foto. Ja, die Ratte ist auf jeden Fall knuffig. Doch, wie süß. Steckt es doch nicht immer wieder... Die stecken es einfach immer da rein. Einfach so. Das, finde ich, geht gar nicht. Er macht ein Training. Jemanden freundschaftlich umarmen. Ähm... Warte mal. Das heißt nicht, dass Essen anklinken sie, ja? Das war wohl nicht mehr so gut. Film gucken. Wir waren zwar im Theater, aber haben keinen Film geguckt, oder wie? Hier findet eine Party statt, aha. Frostige Träume. Kino. Film anziehen. Ah. Aber wieso kannst du dir keinen Film angucken? Hä? Wird ja Samstag, also... Eisbelohnung kaufen, nee. Ach, jetzt gibt noch so viel zu tun. Es gibt einfach noch viel zu viel zu tun. Füttern. Das mit dem Schwangerwerden ist irgendwie nicht so leicht, wie es aussieht. Ich probiere es nochmal. Dann beende ich die Folge. Das ist immer sehr besonders, ja. Oh. Habt ihr das gerade gehört? Ich glaube, das war das Zeichen. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich glaube, dass wenn... Wenn das Zeichen kommt, dann bestimmt. Das kam nämlich sonst noch nie. Das muss die Lösung sein. Oh. 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 Weißt du was? Ähm, egal. Mit dem freundschaftlich umarmen, glaube ich, muss man erst jemanden kennenlernen. Ähm. Allerdings habe ich heute keine Zeit mehr. Und dann würde ich sagen, höre ich auch auf und bis bald dann. Dann hoffentlich kommt dann bald das Kind. Ich bin sehr gespannt darauf. Und ich habe ja das noch nie gehabt und ich weiß gar nicht, wie es geht, aber dieses Klingelgeräusch, das war sonst noch nie da. Und das heißt, es muss jetzt geklappt haben. Ich hoffe es so sehr. Und dann bin ich mal gespannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Das wird auch noch sehr interessant. Und ob wir das Ganze dann auch selber dann, wenn es ausgewachsen ist, halt selber designen können. Hoffe ich. Echt. wirklich ganz stark. Ähm. Ansonsten werde ich es, ähm, selber bearbeiten, halt wie wir es vorhin gemacht haben. Und naja, mal gucken, ne? Wie es wird. Ciao.